Hey Leute, hier hatte ich jetzt für euch einen neuen Carrier bzw. Carrier Prime Guide. Der Unterschied zwischen den beiden ist einfach der, dass der Carrier Prime mehr Rüstung und mehr Gesundheit hat, weitaus mehr Gesundheit und auch viel mehr Rüstung, und die Fähigkeiten von beiden sind genau gleich. Bedeutet, beide sind gleich nützlich, mit dem einzigen Unterschied, dass der Carrier Prime im Kampf länger durchhält als der normale Carrier. Die Fähigkeiten vom Carrier sind... wo war ich denn jetzt? Oder die Fähigkeit ist Munitionskiste, und das ist einfach nur eine mega gute Fähigkeit. Wenn wir die in unserem Wächter drin haben, wird unsere Maximalmunition um 25% erhöht, und zusätzlich haben wir einen eingebauten Munitionswandler. Der hat jetzt eine Transmutationsrate von 25% und eine Abklingzeit von 2 Sekunden. Klingt jetzt vielleicht nicht ganz so cool, aber ich kann euch eine Sache sagen. Falls ihr mit Schnellfeuerwaffen spielt, ist der Carrier eure Wahl. Aus dem ganz einfachen Grund. Wir brauchen keinen Amowandler mehr in der Waffe. Das deckt zwar mit diesem Amowandler, aber wir brauchen es nicht mehr. Das heißt, Waffen wie Krakata, Soma, Boltor, Klaxior, Nukor, wir können die jetzt alle ohne Muni-Wandler spielen, haben dadurch einen Mod-Slot mehr frei, und können dadurch unseren Damage wirklich krass erhöhen. Also, das hier ist eine verdammt starke Fähigkeit. Auf die andere Fähigkeit muss ich jetzt leider auch noch eingehen, dass einfach der Angriffsmod an sich nichts Besonderes, aber hier muss man wissen, der hat nur eine 10 Meter Reichweite. Das ist wirklich wenig. Man kann diesen Mod reinmachen, viele machen es nicht, ist absolute Geschmackssache, aber falls ihr es reinmacht, seid euch dessen bewusst, dass dieser Mod nur eine 10 Meter Reichweite hat. Das kann man jetzt noch erhöhen, indem man in die Wächterwaffe einen Reichweite-Mod reinmacht. Und je nachdem, welche Waffe ihr benutzt, solltet ihr wirklich drüber nachdenken, dann einen Reichweite-Mod reinzumachen oder überhaupt keine Waffe zu benutzen beim Wächter. Also, das ist absolute Geschmackssache. Ich habe jetzt für euch ein Bild vorbereitet, bei dem ich das drin habe. Und dann werde ich gerade noch was ändern. Schon besser. Und dann sieht dieser Bild so aus. Allgemein muss ich noch sagen, bei den Wächtern-Mods, die haben eine Rangfolge. Die Rangfolge ist von oben links nach oben rechts und dann von unten links nach unten rechts. Das bedeutet, an allererster Stelle habe ich Beschützer drin, aber Vakuum zählt nicht in diese Rangfolge, wurde rausgenommen, finde ich auch besser so. Das bedeutet, an zweiter Stelle ist Munitionskiste und an dritter Stelle Heap. Weil Munition umwandeln ist besser, als dass er den Gegner angreift. Weil wir machen ganz einfach normalerweise, vor allen Dingen im späteren Level, weitaus mehr Damage als unser Wächter. Also, wir haben dann immer unsere Munition. Und wenn er nichts am Umwandeln ist, dann wird er sich erst darum kümmern, anzugreifen. Die anderen Mods sind erstmal wieder drei Ausdauermods. Das bedeutet, Schildkapazität, Gesundheit und Rüstung. Dann habe ich drin Schildlader, finde ich einfach ein super Mod für alle Wächter und auf jeden Fall besser als Erneuerung. Dann Anheizen jetzt für mehr Schaden und an letzter Stelle Heap. Falls ihr das nicht mögt, könnt ihr auch Kühlmitteleck reinmachen, statt Anheizen oder Zuflucht. Okay, das passt jetzt bei mir nicht rein. Aber ich denke mal, Anheizen dürfte hier noch mit die beste Wahl sein. Ihr könnt genauso gut auch Zuflucht hier reinmachen. Und dann hier hinten Kühlmitteleck. Ja, das würde ich euch wahrscheinlich empfehlen. Falls ihr ohne Angriffsmots spielen wollt. Aber es ist eine absolute Geschmackssache. Ich mag es halt eben, dass er auch hin und wieder angreift. Vor allen Dingen, wenn mal sowas wie ein Graneer Roller kommt und der abgeschossen wird. Da finde ich das dann doch schon ganz praktisch. Gut, das war es schon. Zu zeigen gibt es hier eigentlich nichts groß. Und, naja, ich hoffe der Bild gefällt euch. Falls ja, könnt ihr mir ein Abo und ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal.